Das geht nicht anders. Das ist zu viel Geballer, was da passiert. Dazu brauche ich noch eine Person mehr. Ja, 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 ja. Ups, nein, da müssen wir starten, aber ist egal. Jetzt müssen wir hier alles nochmal machen, ätzend. Jetzt haben wir ganz, ganz viel Kacke, die wir nochmal machen müssen beim Team. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid für euch, liebe Zuschauer, aber müssen wir durch. Nutzt nix. Was haben wir alles gemacht? Erstmal, die haben wir abgegeben, die haben wir abgegeben, die haben wir abgegeben. Dann haben wir hier haben wir gar nichts gemacht. Hier haben wir das und das gemacht und wahrscheinlich noch das hier gemacht. Mehr so vor so Lulz als dafür, dass es effektiv ist. Dann haben wir hier, da ist es, das hier wahrscheinlich gemacht. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Das haben wir auch noch gemacht. Dann haben wir das hier gemacht. Dann haben wir das hier gemacht. Dann haben wir das gemacht und das gemacht. Und schätzungsweise haben wir das Ding auch noch weggenommen, aber da könnten wir eventuell mal sowas mitnehmen und eventuell brauchen wir das dann, ja. Das heißt, dann können wir hier noch mal so eine gemacht. Dann nehmen wir die und tun die hier noch hin. Viel, viel Arbeit. So, sieht gut aus. Hat kein, 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 kein Hörgerät. Sollte aber ein Hörgerät kriegen und sollte eventuell auch ein besseres Hörgerät kriegen. Gut, äh. Einer von beiden muss ein schlechteres Hörgerät in Kauf nehmen. Das lässt sich gerade nicht ändern, aber gut. Du brauchst gerade gar kein Hörgerät, das ist in Ordnung. Du hast dann auch alles, wobei dein Helm echt auch in einem Bad Shape ist, aber was soll's. So, du könntest noch einmal Muni mitnehmen, weil du auch die Barrette hast, wo die Muni nicht ganz so ausführlich ist. Du hast das Reparierendings da schon erledigt, fang bitte damit an. Und ich hatte dir auch noch das andere halb kaputte Ohr gegeben, damit das mal repariert wird. Genau. Jetzt haben wir noch eine sehr gute Weste, die wir eventuell jemandem anziehen sollten. Zum Beispiel ihm hier. Kein Wunder, dass der vorhin auch so viel Damage geschluckt hat. So. Einmal double checken, ob wir alles haben. Fangen wir bei Ivan an. Ivan hat seine Knarre plus genug Muni plus nochmal eine Sweitknarre. Sehr schön. Er hat mehr als genug Muni und ein Messer. Das passt. Kannst du ruhig schon in die Hand nehmen. Hector kommt eh nicht mit. Fidel hat leider einen sehr kaputten Helm, aber sonst sieht das alles sehr angenehm aus. Jimmy ist gerade nicht relevant. Das ist auch gerade nicht relevant. Du hast auch alles mit. Du hast auch alles mit. Okay. On Duty. Und dann müssen wir das ganze Spiel nochmal machen, aber mit fünf Leuten aus dem Team. Schade, schade, Schokolade, aber das ist ein echt knackiger Sektor. Ich überlege gerade, ob wir da doch von der anderen Seite hinwollen. Kurz den Sektor nochmal in den Kopf gerufen. Ne, das ist eigentlich ziemlich blöd, weil das Wasser da sehr ausführlich war. Und dabei ist das hier doch Sektor 42. Mann, oh Mann. So langsam wird's knackig. Lauft mal schneller, Jungs. Ach, die laufen alles langsam, weil sie dem Eiermarsch, dem Statiker, der herlaufen, der nicht ganz so schnell läuft, wie der Rest. Yo, cool. Was? Okay. Fidel, wir brauchen dich. Na? Ja. Na? Gut, gut. Okidoki. Gut, gut. Versuchen wir es erstmal so. Sehr ärgerlich. Einen der Gegner haben wir hier ja doch sehr schnell gefunden und auch entfernt. Das ist uns jetzt, äh, bleibt uns jetzt erstmal verwehrt. Na? Gut, gut. Was natürlich ein bisschen doof ist. Mit dir? Sicher. Zumal der ja auch einen Schlüssel hat. Sicher. Sehr blöd, sehr blöd alles. Mit dir? Sicher. Hm, das war ganz clever. Ich dachte, er kommt da durch irgendwo, aber das war ein Ehrtun. Yo. Cool. Cool. Na? Gut, gut. Schauen wir mal. Viele die und viele die da. Das war ein bisschen zu viel Bewegung für den guten Mann. Yo. Cool. Mit dir? Fuck, wo ist denn der Typ, der hier uns in den Büschen erwartet hat letztes Mal? Okay. Na? Gut, gut. Das würde mich jetzt doch interessieren. Ich habe ein gesteigertes Interesse daran, das in Erfahrung zu bringen, wenn ich ehrlich bin. Was? Okay. Na? Tja, ja. Gut, gut. Aber hier ist er nicht. Mit dir? Shit. Tja, das ist schon mal A, ein Schlüssel weniger und B, auch einige Leute weniger. Sind die Türen hier ansonsten wieder alle auf? Ja, sind sie. Dann holen wir erst mal Steak ein bisschen nach. What? Okay. Und dann gehen wir diesmal mit Fidel und Ivan unten rechts lang. Gut, gut. Und ich weiß noch gar nicht, ob wir nicht Eis auch wieder rüber holen sollten und dann mit drei Mann hier unten stehen sollten. Einfach um die ganzen Interrupts zu haben. Static geht wieder den Weg, den er letztes Mal gegangen ist. Das fand ich eigentlich nicht so schlimm, wie er gegangen ist. Ganz im Gegenteil, das war sogar sehr praktisch. Auch wenn das seine volle Wirkung noch nicht entfaltet hat beim letzten Mal. Aber grundsätzlich fand ich die Idee gut. Ja, wo sind sie denn jetzt alle? Yo. Cool. Mir macht das immer noch Sorgen, dass wir diese eine Wache, die wir das letzte Mal hier erwischt haben, äh, noch nicht mal gesehen haben bis jetzt. Ja? Gut, gut. Die sitzen halt hier in ihren Häusern und spielen da, äh, irgendwie Skarp oder so einen Kack. Und warten halt darauf, dass irgendwelche unschuldigen Söldner kommen. Damit sie die, äh, mit Pengpangs beschießen dürfen. Finde ich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut. Sicher. Was? Okay. Okay. Ich sehe einen Mann hier. Lass den mal bloß in Ruhe. Okay. Okay. Erfahrungsgemäß tut er dir nämlich furchtbar weh. Okay. Ja. Spotte den mal ruhig, aber halt ihn im Blick. Äh, Eis, komm mal rüber. Yo. Beziehungsweise warte, 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 lass Ivan mal vorgehen. Okay, okay. Ich sehe die Gegner. Ach du Kacke. Yo. Cool. Jetzt haben wir aber... ...massiv Gegneralarm. Der hier ist strong und der da oben ist healthy. Wenn ich jetzt wüsste, welches von beiden was bedeutet, dann wäre ich jetzt total glücklich. Ja. Ja. Ich hoffe ja mal, äh, ja. Ich hoffe mal, dass eins von beiden schlecht ist als das andere so ungefähr, aber das ist es natürlich. So, jetzt haben wir ein paar Leute in, ähm, Reichweite. Ivan hat Sicht auf den da oben. Der müsste weiter nach rechts, wenn er den anderen sehen wollte. Eis hat Sicht auf niemanden. Sehr gut. Nicht. Aber Eis kriecht Sicht, sobald die Leute irgendwo rauskommen. Fiddle sieht nur den Typen da. Fiddle könnte tatsächlich ruhig auf den Typen da mal schießen, glaube ich. Das ist kein so schlechter Schusswinkel, würde ich behaupten. Halt. Das ist jetzt ein Punkt, genau. Zum Quick-Saven. Sehr schön. Schade. Viel, du brauchst noch Aktionspunkt mehr oder zwei. Siehst du den jetzt Eis? Immer noch nicht. Na gut, dann musst du wohl einen Schritt nach vorne gehen. Und hoffentlich nicht erschossen werden. Den siehst du jetzt aber, ne? Ja, danke. Wieso hat denn das so furchtbar viel Schaden gemacht? Nochmal. Viel dahin. Und dann nochmal. Viel dahin. Äh, fünf brauchst du zum Schießen. Dann machen wir das doch vielleicht mal so. Schade, jetzt brauchst du sechs zum Schießen. Vorhin brauchst du vier. Nein, egal. Guck, guck. Schade. Wäre nett gewesen. Nein, du sollst nicht, nein, 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 nein. Du sollst weder für 16 Punkte irgendwen erstrechen, noch sollst überhaupt irgendwas für 16 Punkte. Das ist jetzt spannend. Äh, ich befürchte, Eis sieht den, der hier rausläuft, zu spät. So wie er da steht. Aber wenn ich ihn nach vorne ziehe, dann steht er Kack. Gucken wir mal. Oh, ich sehe einen Mann hier. Ja, das ist sehr gut. Können Sie diesen Mann schießen? Nein, du kannst nicht. Yo. Das ist gut. Das ist nicht gut. Das ist immer noch nicht gut. Das ist jetzt ganz furchtbar schlecht sogar. Eis, du bist schuld, dass wir gleich neu laden. Alter. Alter, das geht gar nicht klar, wie viele da einfach rumwuseln. Hier oben kommt dann noch eine dazu. Na toll. Nein, du sollst ja nicht messern. Weißt du was? Dann bleiben viel über, machen wir mal so. Der Plan war gut. Der Ausführung war auch okay. Okay. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Mann! Ich bin mit dir. Was? Oh Gott! Ich hab einen Schock! Cool. Ich sehe einen Mann hier! ... Punkte, um daneben zu schießen. Sehr nice, dass er der Interrupt, aber er ist sie trotzdem ausgegraut. Alles klar! Gut, dass ich mir gemerkt habe, dass er noch 19 Bewegungspunkte hatte. Yo! Yo! Das finde ich gut. Schreien wird wirklich einfach. Da hinten ganz! Na gut! 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 Und jetzt? Ah ja, danke! Ivan hat nämlich eine Waffe für diese Distanzen dabei. Guck, guck! Wir können das auch! Ja? Gut! Was? Oh Gott! Ach komm schon, Fidel! Ist das dein Ernst? Oh! Oh! Das passiert! Was? Ja, okay! Bis zum nächsten Mal.